Willkommen zurück, Entsilter. Die Kunde von Manimarcos dahinscheiden verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wie Würmer haben sich seine Anhänger tief in die Erde gegraben, um dem gleißenden Licht des kommenden Morgens zu entgehen. Wie immer kommt ihr gleich zum Punkt. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Der König der Würmer wurde vom Zornmolak Bals verschlungen. Die Macht seines Wurmkults ist auf immer zerschlagen. So lautet die düstere Wahrheit in dieser Angelegenheit. Doch das Amulett der Könige befindet sich in unserem Besitz, und es gibt noch viel zu tun. Im Schlaf höre ich seine gequälten Schreie, und Molag Bal zwingt meinem Geist Visionen seiner ewigen Folter auf. Ich kann euch zeigen, was genau ich sehe, wenn ihr es so wünscht. Seht das Schicksal des Königs der Würmer. Bitte, genug! Es war ein Missverständnis, ein Missverständnis, mein Gebieter! Lasst mich euch dienen! Lasst mich meine Treue beweisen! Genug! Ich flehe euch an! Manimarcos Qual wird unendlich sein. Der Gott der Intrigen wird ihn benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Alle, die ihm folgen, werden wissen, dass man den größten aller Betrüger nicht betrügen kann. Trotz allem, was er getan hat, tut er mir leid. Aber deshalb wurdet ihr nicht hierher gerufen, Entsilter. Kommt! Sai Sahan möchte zuerst mit euch sprechen. Die Ward, der größte Schwertheilige, lehrt uns, dass das Schicksal eine Kette ist, deren Glieder eines nach dem anderen geschmiedet werden. Unsere Kette ist beinahe vollendet. Nur ein einziges Glied fehlt noch. Euch, mein Freund, ihr seid das fehlende Glied der Kette. Ich werde euch nicht mit überschwänglichem Lob langweilen, sondern es frei heraussagen. Ihr seid ein großer Krieger und ein vertrauenswürdiger Freund. Daher möchten wir euch ein Angebot unterbreiten. Als Kaiser Waren einst die fünf Gefährten zusammenbrachte, tat er dies, weil er hoffte, ein Tamriel erschaffen zu können, in dem jeder frei und sicher unter einem geeinten Banner leben kann. Wir fünf Gefährten scheiterten, verraten von einem der unseren, dem Wurmkönig Mannimarko. Alles, was danach geschah, ergab sich aus dem Verrat dieses Mannes. Jetzt sind vier der fünf wieder vereint, um ein großes Unrecht wiedergutzumachen. Doch das Schicksal verlangt nach einem Fünften. Wir möchten, dass ihr uns als fünftes Mitglied beitretet. Ihr seid der Champion, der uns schon damals hätte beistehen sollen. Schaut nicht so grimmig, das ist alles eher symbolisch zu verstehen. Aber bitte, tut einem alten Soldaten den Gefallen. Mein Fürst, mit eurer Erleitung, Erlaubnis. Ihr braucht mich nicht mehr so zu nennen, Saisa Han. Wir sind jetzt gleichberechtigt. Vor all diesen Jahren, als wir unter dem Banner unseres Herrn kämpften, um das Kaiserreich von den Langhaus-Kaisern zu befreien, taten wir es für den Traum von Freiheit und Frieden. Nicht nur für das Kaiserreich, sondern für ganz Tamru. Zusammen haben wir eine Gemeinschaft geschaffen, die stärker als jede Klinge ist. Doch dann wurde sie von einem der unseren auf den Felsen des Betrugs zerbrockt. Die Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Dennoch haben wir vier uns hier für ein gemeinsames Ziel vereint. Uns treibt nicht die Rache, sondern Wahrheit, Treue und Gerechtigkeit. Ich, Saisa Han, Vogt der Abtei der Klingen, rufe die fünf Gefährten sich heute erneut zusammen beim Licht des Stendars und dem Herzen Lorkans. Möge unsere Klinge der Kameradschaft neu geschmiedet werden. Und möge der Entseelte unser gemeinsamer Freund die Spitze werden, die wir ins Herz eines täterischen Fürsten rammen. Saisa Han hat recht. Ihr seid das Mitglied, das wir vor all diesen Jahren hätten haben sollen. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhersagten. Der Seelenlose wird der hellste der fünf Sterne sein. Und sie sollen uns alle zur kommenden Dämmerung führen. Oh bitte, ihr melodramatischen Speichellecker. Gut, gut. Wenn es euch hilft, die Sicherheit des Kaiserreichs zu gewährleisten, wenn eine eurer dummen Prophezeiungen wahr wird... Erneut stehen wir vereint. Die fünf Gefährten wurden neu erschaffen. Und zusammen werden wir den Gott der Entriegen schlagen. Kommt her, mein Freund. Ich will euch noch etwas sagen, bevor ihr geht. Es war eine lange Reise, nicht wahr? Mein Vater sagte immer, wer alle Rauheiten des Lebens meidet, bekommt nie genug Schliff, um zu glänzen. Inzwischen müssen wir ja schon richtig strahlen. Ich habe über unsere Abenteuer und all die Strapazen nachgedacht, die wir gemeinsam durchgestanden haben. Vor uns liegt das letzte Stück dieser Reise, oder nicht? Ich bereue keinen Augenblick, aber mir ist aufgefallen, dass wir noch keine Gelegenheit hatten, uns als Freunde zu unterhalten. Ich frage mich, wo ihr euch selbst seht, wenn all das hier vorbei ist. Also ich meine, falls wir überleben, eure Seele zurückholen und... ... 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 Es war eine lange... Ich habe über uns... Ich frage mich, wo ihr euch selbst seht, wenn all das hier vorbei ist. Also ich meine, falls wir überleben, eure Seele zurückholen und Molagbal aufhalten. Auf jeder Reise lernt man Demut. Man sieht aus erster Hand, wie klein der eigene Platz in der Welt doch ist. Das Komische dabei ist, je weiter man reist, desto schwerer fällt einem die Rückkehr. Aber wenn man es tut, wenn man zurückkehrt, dann sieht man den Ort, von dem man aufgebrochen ist, mit ganz neuen Augen. Ich? Ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Himmelsrand zurück und lasse mich dort nieder. Vielleicht drücke ich ein paar Welpen raus. Vielleicht züchte ich Schafe oder baue Kohl an. Was? Nein! Könnt ihr euch das vorstellen? Lyres Titanenkind, die Schafhirten? Die Bäuerin? Die Hausfrau? Ich muss draußen im Wind und der Wildnis sein. Und wenn ich jemals jemanden finde, der mein Leben teilen soll, dann wird es ihm genauso gehen. Ich bin dran. Was bereut ihr bei all dem, was wir durchgemacht haben, am meisten? Man gewöhnt sich nie daran. Mein Vater. Er wird für den Rest meines Lebens immer und immer wieder sterben. Die Trauer schwindet nicht. Man muss einfach lernen, damit zu leben. Aber ich kann mein Leben mit seinem Wagemut, seinem Temperament und seinem fröhlichen Eifer führen. So wird er niemals sterben. Nicht wirklich. Oh, vieles. Verlorene Freunde, verpasste Gelegenheiten, Fehlschläge und Scheitern. Vielleicht ist das Beste, worauf wir hoffen können, am Ende die richtigen Dinge zu bereuen. Ich bereue, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, all jene kennenzulernen, mit denen ich gekämpft habe. Ich hoffe, ich hoffe darauf, das zu ändern. Noch eine letzte Sache. Mögt ihr mit? Wusste ich's doch, dass ich euch mag. Also, trinken wir. Auf Molag Bal, diesen Skever von einer Eule. Sein Gehänge soll modern mit übler Braunfäule. Unser Marsch sei wacker. Unsere Herzen seien stark, wenn wir ziehen nach Kalthafen, um zu spucken auf sein Grab. Vergessen wir nicht die Kämpfe, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Wir sind fast zu Hause. Wir müssen nur noch ein wenig weiter kämpfen. Seid ihr alle verrückt? Ihr wisst, was wir tun müssen, richtig? Wir müssen einen daedrischen Fürsten bekämpfen, Amulett oder nicht. Das wird noch mehr Tod bedeuten. Entseelter, kommt her. Ich erzähle euch, was sie euch verschweigen. Ihr freundet euch wohl so richtig mit Titanenkind an? Mir persönlich ist ja die Gesellschaft kluger und gut informierter Leute lieber. Vielleicht solltet ihr das bei Gelegenheit auch einmal probieren. Nun, ihr habt also den großen Manimaco niedergestreckt. Gut gemacht. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Der Bauer dankt ja auch nicht der Kuh, wenn sie sich auf dem Feld erleichtert, aber trotzdem wird dadurch die Ernte reichhaltiger. Ich schätze schon. Doch das war nicht der Grund für dieses herzerwärmende Wiedersehen. Warren und ich haben uns viel unterhalten, seitdem ihr das Amulett geborgen habt. Und wir haben uns auf ein endgültiges Vorgehen geeinigt. Molag Bal bleibt weiterhin eine Bedrohung und Tamriel schwebt noch immer in großer Gefahr. Erst muss die Ebenenverschmelzung aufgehalten werden. Schon jetzt sammeln sich Streitkräfte, die einen Ansturm auf das Reich des Vergessens planen. Ihr müsst euch ihnen anschließen. Dann und nur dann können wir den Kampf zu Molag Bal selbst tragen, um den Schutz Nirrens wiederherzustellen und eure Seele zurückzufordern. Ich weiß mehr über die Daedra als jeder andere lebende Mensch oder mehr. Auf Gedeih und Verderb knüpfte meine Familie stets Bande zu den Mächten des Vergessens. Und so viel weiß ich. Man kann einen Daedra-Fürsten nicht töten. Aber wir haben das Amulett der Könige. Da wir das Amulett in unserem Besitz haben, können wir ihn vielleicht verwunden. Noch dazu schwer. Und so zwingen wir ihn, restlos jede Seele freizugeben, die er gestohlen hat. Einschließlich der Euren. Und genau da kann uns euer Zustand noch von Nutzen sein. Das Ritual, das wir mit dem Amulett der Könige durchgeführt haben, hat den Seelenbruch ausgelöst und den Schleier zwischen den Welten beschädigt. Wenn dieser Schaden behoben werden soll, muss ich versuchen, das Ritual erneut durchzuführen. Dieses Mal mit euch. Nur, wenn wir es hier auf Nirn durchführen würden. Aber wenn wir nach Kalthafen reisen, könnten wir die Macht vielleicht in geordnete Bahnen lenken, um euch so mit genug göttlicher Macht zu erfüllen, dass ihr den Daedra-Fürsten herausfordern könnt. Doch das hat seinen Preis. Die Anrufung der Macht des Amuletts auf diese Weise wird die Seele von jemandem verschlingen. Ganz und gar. Man kann die Macht der Götter nicht bündeln, ohne einen solchen Preis zu entrichten. Leider habt ihr keine Seele, die verschlungen werden kann. Und ich selbst habe ja das Ritual durchzuführen. Genauer gesagt, einer eurer drei Gefährten. Ich vermute, dass sie deshalb so ekelerregend dankbar und kriecherisch sind. Selbstverständlich ist es das. Eine Tatsache bleibt allerdings bestehen. Einer der fünf wird sein Leben geben müssen, um diesen Angriff auszuführen, wenn die Zeit reif ist. So sagtet ihr, bevor der Entseelte eintraf. Und ich habe es schon überdacht. Ich werde es tun. Schneelilchen, nein. Ihr solltet euer Leben nicht so hergeben müssen. Das ist meine Pflicht. Als Strafe für meine vielen Versäumnisse. Das ist meine Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen. Die Schriftrollen sagten nichts von diesem Moment. Und so bin ich nicht an ihre Diktate gebunden. Entseelter, ich bitte euch, dass ich dieses eine tun kann. Alles passierte nur wegen meiner Selbstüberschätzung. Ich werde derjenige sein. Herr, ihr habt schon genug getan. Das war Manimaco, nicht ihr. Als derjenige, der den Daedrischen Fürsten bekämpfen wird, soll der Entseelte entscheiden. Ihr meldet euch nicht freiwillig, Tarn. Bereitet ihr wieder eure eigene Haut? So schwer es euch auch fallen mag, Lyris, seid keine Idioten. Ich kenne als Einziger das Ritual und wir haben keine Zeit, es noch jemandem beinzubringen. Das reicht. Das wird jetzt nicht entschieden. Entseelter kommt her. Ich habe noch ein paar letzte Worte für euch. Es scheint, als ob sich der Kreis nun schließt, Entseelter. Damit Millionen andere leben können, ja, seid nicht beunruhigt. Jeder von uns würde ein solches Opfer mit Freuden bringen. Wie Tarn schon sagte, es sind bereits Pläne im Gange, um nach Kalthafen vorzudringen. Ihr müsst ein Teil von ihnen werden. Jene Anker, die uns ans Reich des Vergessens ketten, ziehen uns immer dichter an es heran. Sie müssen ein für allemal zerschlagen werden. Wenn die Ebenenverschmelzung abgewendet wurde und der Staub sich gelegt hat, werden sich die fünf Gefährten ein letztes Mal versammeln, um sich dem Schicksal zu stellen. Der Gott der Entrigen muss aufgehalten werden, Entseelter. Das ist das Einzige, was im Augenblick zählt. Dann stellt ihr euch jetzt also von Angesicht zu Angesicht dem ganz großen Bösewicht, ja? Toll, viel Glück wünsche ich euch. Diese ganze Sache mit der Ebenenverschmelzung scheint mir eine üble Angelegenheit zu sein. Mir ist mein Kalthafen mit ein bisschen weniger Tammregel drin. Sehr viel Liebe. Vielen Dank. Und wartet dort auf euch. Und wartet dort auf euch. Und wartet dort auf euch. Also think of euch. Ciao. Pfuch. .